Liebe Fans, Leon Schmidt ist jetzt wieder da, es ist jetzt mal 19 Spieltag Video von 2. Liga, Dienstag, ja Dienstag, Bochum gegen Düsselburg, Furchter gegen Ingolstadt, Darmstadt 98 gegen Sapauli, Magdeburg gegen Aue, Entschuldigung, Mittwoch, Jan Regensburg gegen Badde-Borne, Heidenham gegen Heuchan Kiel, Dresden gegen Arminia Bielefeld, Hamburg gegen Sandhausen, Donnerstag, Orion Berlin gegen Köln, Das war's von 19 Spieltag, Uhrzeit, 14 Uhr 12, äh, 14 Uhr 12. 10 Uhr 2 21 Uhr 23. 22. 42. 43. 46.